Servus ihr Lieben, ich habe heute einen special, special guest und zwar die liebe Nina aus Brasilien. Wir sitzen nämlich hier gerade in New York, also richtig geil. Und die Nina guckt mich schon die ganze Zeit an, you're looking at me and thinking, what is she talking about? Yeah, I can understand anything. Like, what? How good. Ist auch so geil, in New York einfach in einem Studio zu filmen, aber das Studio war geil, also mussten wir es machen. Und wir machen heute eine special nackte Wahrheit für euch, und zwar geht es um das Thema Schönheitsideale in Brasilien. Im Vergleich zu Europa, weil die sehr unterschiedlich sind, und ich würde sagen, wir legen los mit Frage Nummer 1. Meine erste Frage an Nina ist, was bedeutet Schönheit für dich? European. European Beauty. Brazilian women, the bigger part of the women are short and we have like huge legs and butts. Which is awesome. And we all wanna be Gisele Bündchen. That is Brazilian. She is Brazilian, but she looks totally European. Totally. Yeah. Yeah, she is so tall and so skinny like that. Skinny, skinny, skinny. And we are not like this. So we spend our whole lives thinking. I have to look like that. That's a trouble. Ich sag mal, diese super schlanke, auch oft große Frauenkörper mit großen Brüsten und auch Po dazu, also kurvig, aber nicht zu kurvig, sondern eigentlich super schlank. Das ist schon so ein Bild, von dem ich das Gefühl habe, dass das sehr viel in den Medien transportiert wird. Aber heute definiere ich Schönheit ganz anders, und zwar über die Ausstrahlung eines Menschen. Also es kann wirklich noch so ein nach den Idealen schöner Mensch sein. Wenn der einfach eine beschissene Ausstrahlung hat, dann ist der für mich absolut sofort unschön und unattraktiv. Our clothes sometimes are made in European patterns, so it's difficult to find something that fits you, to find pants mostly in the back. There will be like to lose there, because to pass the butt, you have to get a bigger size, so it won't fit the waist, you know? I see, yeah. It's difficult because you think, oh my god, my body sucks, nothing fits me. The smaller doesn't fit me, I'm fat. The bigger doesn't fit me, I'm weird. We have to adapt a little bit, otherwise we'll be always thinking that we're not right. That we're not right and not beautiful the way we are. We do have the standard in Europe or in Germany as well, which is like Giselle Bündchen, but for us, like people like you, are like so exotic and beautiful, you know? It's really like, when I see you, I'm just like, wow. That's the other way around here. You are blonde and you have green eyes, oh god. In Brazil, this is like the ultimate beauty thing. Was magst du besonders gerne an dir? I have this bone here. You know, I have this bone on my nose? This bone on my nose? I mean, it's a little strange, but I mean, there's a bone, I don't know. No, I do, I kind of like my nose. Yes, yes. I think it gives me personality. Exactly, it does. If I had a nose like everybody else, then I wouldn't be me, I think. My daddy said, have you ever seen Penelope Scrooge's nose or Giselle Bündchen's nose? We don't have this nose as like perfect nose. They don't, you know, and you are like that. Embrace it. Oh, that's a hard one. In which way? I think I'm a good person. So I think I'm a beautiful person in this aspect. I'm always thinking about the others and about, and I'm always trying to do the right thing, but in a beauty pattern, like my face, superficially. You know, sometimes I think I'm beautiful, but not every day. I have issues with my body, I have issues with my face, I think everybody does. Have you ever met a woman who was like 100% satisfied with herself? Never. Also, ich finde mich auch schön. Es gibt ja Tage, an denen fühle ich mich einfach scheiße mental, und dann fühle ich mich auch einfach nicht wohl in meinem Körper. Das ist ja auch ganz logisch. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, fühle ich mich wohl in meinem Körper. Ich habe es nicht mehr, was ich früher auch hatte, natürlich, das, was irgendwie fast jede Frau hat, die ich kenne, egal wie dünn oder was weiß ich, was eine Frau ist, die dann immer noch mal, ja, hier könnte ich noch mal zwei Kilo, und hier ist noch Speck, hier noch mal zwei Kilo weg, oder mein Arsch ist zu klein, der könnte noch mal größer, oder dies oder jenes, die eine hat einen zu kleinen Arsch, die andere hat das Gefühl, sie hat einen zu großen Arsch, die andere hat eine zu kleine Brüste, die andere hat eine zu große Brüste, die andere hat eine zu kleine Nase, die andere hat eine zu große Nase, hat eine zu stupsige Nase, hat eine zu lange Nase. Ah, freut euch doch einfach über die Nase, die ihr habt. Im Endeffekt habe ich irgendwann aufgegeben, einfach an mir rumzumäkeln, weil es ist doch Quatsch, also wozu diese ganze Zeit verschwenden, wenn man sich auch einfach mit sich gut fühlen kann, und die Zeit für so viel Wichtigeres verwenden kann. Ich denke, was mich nicht sicher von mir fühlt, ist, dass ich fett bin, und das ist nicht ein falsches Ding, aber wir haben uns schon ein bisschen gebeten, dass fett ist ein schlechtes Ding. Das ist das Ding in der Gesellschaft, das muss sich ändern. Wir haben alle verschiedene Formen, und wir sollten das zählen. Ja, und es gibt einen mehr fettigen Typ, und es gibt einen mehr schnitzenden Typ. Ich habe gehört, dass schöne ZOPs in Brasilien ein Riesending sein sollen, und dass es ganz normal sein soll, sich operieren zu lassen. Stimmt das? Ich kenne Leute, die Silikon setzen, weil ich nicht ein normaler Brasile. Ich habe große Böse. Normale Brasileans haben nicht das? Nein, wir haben immer so kleine Böse. So kleine Böse. Also Silikon ist ein großes Ding in Brasilien. Und keine Säure. Ich kenne Leute, die das gemacht haben. Freunde von mir. Und was über die Böse? Ich habe auch über die Böse gehört. Ich denke, das ist für verrückte Menschen in Brasilien, weil wir haben ja ein großes Böse. Warum machst du das? Nein, weil es gibt diese Kultur im Brasilien von Funk. Du weißt? Es ist eine Art von Song. Und sie wollen große Böse. Und sie können nicht lieben. Ja. Als ich noch jünger war und auch komplexer hatte, dass meine Brüste zu klein sind, habe ich auch schon mal überlegt, ob ich meine Brüste operieren lassen würde. Es war nie so, dass ich so richtig unzufrieden war. Dementsprechend war jetzt nie so ein Leidensdruck, da der jetzt zu einer OP tatsächlich geführt hätte. Aber jetzt heute bin ich happy, so wie es ist. Ich bin froh, dass man, wenn man so jung ist, nicht einfach so schön Dats-OPs machen dürfte. Sonst würden, glaube ich, viel, viel, viel mehr junge Frauen, wahrscheinlich auch Männer, sich operieren lassen. Leute, die Nina hat auch einen eigenen Kanal. Und zwar heißt der... What's your channel's name? De Relacionamentos. Or DR. DR, that's easy. Also DR. That's it. DR. De Relacionamentos? Yes. Okay. Awesome. Ich schreibe euch alles in die Infobox. Sie machen richtig coole Comedy für Frauen. Also richtig geilen Scheiß. Schaut vorbei. Dann antworten wir doch mal in den Kommentaren, was bedeutet Schönheit für euch? Das würde mich auch sehr interessieren. Wenn ihr Lust auf noch mehr beautyvolle Videos habt, dann einfach hier klicken. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder um 16 Uhr. Oder wir sehen uns hier gleich wieder und am nächsten Donnerstag um 16 Uhr. Das wäre das Allergeilste. Bussi Baba.